Hey, ganz ehrlich, ich bin es wert, auch die schönsten Ziele zu erreichen und ein wirklich herrliches Leben zu haben. Kannst du das im Spiegel sagen? Es gibt einen Unterschied zwischen einem durchschnittlichen Leben und einem außergewöhnlichen. Für ein außergewöhnliches Leben brauchst du Ziele. Du brauchst Fernziele, schwer zu erreichen, Nahziele, die solltest du auf jeden Fall erreichen. Und es gibt 15 Punkte, die dir helfen, ein optimales Nahziel zu formulieren, sodass du dann nach und nach auch deine Fernziele erreichen kannst. Hallo, ich bin Bodo Schäfer, Money Coach und Gründer des VIP 7-Jahres-Clubs. Mit diesem Kurs kannst du, wenn du dabei bist, in sieben Jahren deine finanzielle Freiheit erreichen. Sprechen wir heute über Nahziele und meine 15-Punkte-Formel für ein ideales Nahziel. Ganz oft erreichen wir unsere Ziele nur deshalb nicht, weil wir nicht glauben, dass wir in der Lage sind, Ziele zu erreichen. Darum ist es so unfassbar wichtig, dass du dein Selbstbewusstsein aufbaust. Vielleicht liest du noch einmal die wichtigsten Punkte zu Selbstbewusstsein aus meinem Buch Ich kann das. Hier habe ich ein ganzes Buch in Form einer Geschichte dafür verwandt, um aufzuzeigen, dass du die drei wesentlichen Aspekte deines Selbstbewusstseins aufbauen musst. Wie du lernst, dir selber zu vertrauen, dein Selbstvertrauen also. Dass du dir zutraust, mit allen Schwierigkeiten fertig zu werden, die in Zukunft auf dich einprasseln. Dass du dich aber zweitens auch kennst, also dein Selbstbild. Dass du weißt, wer du bist, was deine Stärken sind und deine Schwächen. Und drittens die Selbstachtung, dass du dich selber für liebenswert hältst. Dass du sagst, hey, ganz ehrlich, ich bin es wert, auch die schönsten Ziele zu erreichen und ein wirklich herrliches Leben zu haben. Kannst du das im Spiegel sagen? Wie gesagt, wenn wir kein Selbstbewusstsein haben, dann wollen wir uns nur sehr ungern Ziele setzen, weil wir dann denken, hey, bringt ja eh nichts. Aber ein weiterer Weg, dein Selbstbewusstsein zu stärken, ist, dass du dir kleinere Ziele setzt, Nahziele, und diese dann auch möglichst sicher erreichst. Und jedes Mal, wenn du ein solches Ziel erreichst, fühlst du dich nachher etwas selbstbewusster. Das Erste, was wir über Nahziele wissen müssen, ist, sie sind wichtig, aber wir sollten sie nicht zu groß setzen. Unsere großen Ziele, das sind unsere Fernziele. Und an denen wachsen wir extrem, weil wir zu einer anderen Persönlichkeit werden müssen, um diese Ziele zu erreichen. Und das Selbstbewusstsein, dass wir das auch können, ist, dass wir die kleineren Ziele erreichen, die Nahziele. Die müssen wir auf jeden Fall erreichen können, damit unser Selbstbewusstsein steigt. Was du also wissen musst in Bezug auf Nahziele, zweitens sind die 15 Punkte, die wir jetzt miteinander besprechen. Nämlich, wie du dir ein Nahziel setzen solltest, welche Fehler du vermeiden solltest und was bei Nahzielen besonders wichtig ist. Erstens sollten Nahziele konkret sein und präzise. Formuliere sie also sehr genau. Woher weißt du dann also, dass du ein Nahziel erreicht hast? Beschreibe das ganz genau und höre nicht mit der Beschreibung auf einem Gipfel auf. So wie ein Bergsteiger vielleicht, der vielleicht sagt, ich will da oben auf dem Gipfelkreuz stehen. Das ist nicht klug. Denn 90 Prozent aller tödlichen Unfälle ereignen sich auf dem Abstieg. Und 10 Prozent aller Unfälle auf dem Abstieg enden sogar tödlich. Ich habe mit 37 Jahren mein erstes Buch geschrieben, Der Weg zur finanziellen Freiheit. Mein konkretes, präzises Nahziel war, dieses Buch soll ein Nummer-eins-Bestseller sein. Aber ich habe eben nicht nur über den Gipfel nachgedacht, also diese Nummer-eins-Platzierung, sondern auch, dass ich mein Buch möglichst lange auf diesem Gipfel halten möchte. Und auch wusste, dann kommt wieder ein Abstieg und was kommt danach? Zum Glück hat die Realität dann sogar meine Erwartungen, meine Ziele übertroffen. Das Buch blieb dann fünf Jahre auf der Spiegel-Bestsellerliste. Und es ist auch heute noch in vielen Ländern auf der Bestsellerliste. Aktuell wieder zum Beispiel in China, in Japan, in anderen Ländern. Zweitens, Nahziele sollten dich begeistern. Es muss etwas sein, das die Leidenschaft in dir hervorruft. Machen wir uns nichts vor. Ziele zu erreichen, ist nicht immer einfach. Das, was uns dann wirklich hilft, dass wir nicht aufgeben, weitermachen, dranbleiben, ist unsere Begeisterung. Frage dich aufrichtig, ist es ein Ziel, das mich richtig begeistern wird. Wie stellst du das fest? Ganz einfacher Test. Du machst für einen Moment deine Augen zu und dann, während du sie so eine Minute zuhältst, stellst du dir einfach vor, du hast dein Ziel erreicht. So, wenn du also eine Minute dich nicht darauf fokussieren kannst, dass du dein Ziel erreicht hast, dann ist die Begeisterung nicht wirklich groß. Wenn sie groß ist, dann ist es leicht, eine Minute dabei zu bleiben. Und dann, wenn du das nicht kannst, eine Minute visualisieren, dann hinterfrage dein Ziel. Ist es wirklich was, was du erreichen willst? Der Begeisterungstest wird dir hier sehr helfen. Denn es ist wirklich blöd, viel Zeit für ein Ziel zu investieren, was hinterher gar keine wilde Freude in dir auslöst. Drittens, dein Nahtziel sollte positiv formuliert sein. Wenn wir zu einem Kind sagen, pass auf, dass du nicht hinfällst, was würdest du hinfallen? Denn unser Gehirn kann das Wort nicht gar nicht verstehen. Wenn wir also lesen, den Rasen nicht betreten, was tun wir? Boom, wir gehen auf den Rasen. Unser Unterbewusstsein nochmal versteht den Sinn des Wortes nicht. Nicht, wir verstehen dann nur Rasen betreten. Deswegen sollten wir uns auch nicht sagen, ich will nicht mehr so viel essen. Denn das Gehirn versteht dann viel essen. Oder ich will nicht mehr rauchen, unser Gehirn versteht dann rauchen. Also nutze eine positive Formulierung. Statt nicht zu viel essen, sag besser, ich will schlank sein. Und visualisiere das. Statt nicht mehr rauchen, sagt, ich will frische Luft atmen. Ich mache Atemübungen. Ich will eine freie Lunge haben. Ich will viel Kondition haben. Ich will einen angenehmen Atem haben und so weiter. Viertens sollte dein Nahtziel schriftlich fixiert sein. Du musst es also ganz klar aufschreiben, sonst ist es nicht messbar. Fünftens sollte dein Nahtziel in deiner Macht stehen. Wenn du sagst, ich möchte den Regenwald retten, hey, hört sich toll an. Oder ich will alle Kriege abschaffen, hört sich auch toll an. Aber kann es sein, dass das deine Möglichkeiten übersteigt? Und sage nicht, ja, ja, aber irgendeiner muss ja mal anfangen. Wo konkret fängst du denn an? Dass du bunte Schilder beklebst und dann eine Demo machst? Ich will das nicht despektierlich abtun. Aber ein Nahtziel sollte in deiner Macht sein. Sonst sinkt dein Selbstbewusstsein und du fühlst, alles in der Welt passiert und ich kann nichts machen. Dein Selbstbewusstsein macht dich hilflos, wenn es kleiner wird. Macht es nicht trotzdem auch Sinn, den Regenwald retten zu wollen und Kriege abschaffen zu wollen? Natürlich! Aber du solltest dir nicht nur solche großen Ziele setzen und vor allen Dingen nicht als Nahtziel. Denn dann wirst du verzweifeln. Überlege also, muss ich mich für dieses Ziel ernsthaft strecken? Aber kann ich es trotzdem erreichen? Sechstens sollte dein Nahtziel in der Gegenwart formuliert sein. Wenn du visualisierst, dich selbst visualisierst, dann seh dich nicht als alte Frau und als alten Mann mit vielen Falten, grauem Bart, sondern visualisiere dein Gesicht jetzt. Jetzt hat eine ganz andere Zugkraft. Siebtens, deine Nahtziele sollten sich gegenseitig unterstützen, wenn du also mehrere hast. Und deine Nahtziele sollten deine Fernziele nicht entgegenwirken, sich nicht widersprechen. Vielmehr sollten deine Nahtziele wie Treppenstufen sein, wenn du das alles erreichst, dass sie dich automatisch zu deinem Fernziel führen. Frage dich also, wird mein Nahtziel mir definitiv helfen, meine Fernziele zu erreichen? Achtens, sollten deine Nahtziele glaubhaft und erreichbar sein. Für Nahtziele gefällt mir so eine ganz präzise Formel, 50-50. Also 50 Prozent weiß ich, dieses Ziel werde ich erreichen. Und die anderen 50 Prozent haben Zweifel. Da muss ich noch wachsen. So ist dann Raum für Wachstum, aber auch Raum für Selbstbewusstsein. Bei Fernzielen ist es bei mir so, dass ich sie sehr gerne sehr hoch hänge. Wenn in mir 95 Prozent nicht glauben können, dass ich das Ding erreiche, dann ist es für mich gerade richtig. Aber für die Nahtziele gilt die 50-50-Formel. Neuntens sollte dein Nahtziel zeitlich klar definiert sein. Wann hast du es erreicht? Schreib nicht auf in drei Jahren, sondern ein exaktes Datum. Wenn du aufschreibst in drei Jahren und du liest es in zwei Jahren, steht er wieder in drei Jahren und so weiter. Never-ending-Story. Genaues Datum. Zehntens, deine Nahtziele sollten deinem Lebenssinn und deinen Werten entsprechen. Wenn du etwas tust, was dir nicht entspricht, was dich nicht wirklich erfüllt, auch nicht deinem Lebenssinn entspricht oder gar mit deinen Werten kollidiert, dann wirst du nicht glücklich sein. Deswegen notiere dir am besten deine fünf bis zehn wichtigsten Werte. Was ist dir wichtig? Wonach tickst du Liebe, Familie, Gesundheit, Anerkennung, Erfolg, Geld, Frieden? Was ist für dich wichtig? Schreib es mal auf. Und frag dich dann, kann ich in Übereinstimmung mit meinen Werten dieses Nahtziel erreichen? Elftens, fragst du dich, ist dein Nahtziel sinnvoll? Wenn du diese Frage bejahen kannst, dann hast du nochmal so einen zusätzlichen Antrieb. Du hast dann mehr Power, dein Ziel zu erreichen. Wir alle wollen etwas tun, was voller Sinn ist. Das gibt uns Kraft. Zwölftens, solltest du deine Nahtziele täglich visualisieren. Was ist das? Das Wort kennen viele, aber kaum jemand weiß genau, was das ist. Du bringst dich in Alpha. Das ist so ein Zustand, in dem du ganz ruhig bist. Das kannst du tun, indem du dich zum Beispiel auf deinen Atem konzentrierst und mitzählst. So bis vier einatmen, bis vier ausatmen, eins, zwei, ausgeatmet anhalten. Dann wieder bis vier einatmen und so weiter. Dann bist du ganz ruhig, wenn du das so ein, zwei Minuten machst. Und in diesem Zustand schließt du die Augen und stellst dir einfach vor, ich habe mein Ziel erreicht. Mehr nicht. Du kannst dich dann fragen, wie fühlt sich das an? Du kannst die Sinne durchgehen. Wie fühlt sich das an? Was sehe ich dann? Was höre ich dann? Was schmecke ich? Was rieche ich? Also wirklich, welche Geräusche höre ich? Was sehe ich präzise? Mit Schmecken und Riechen ist es ein bisschen schwierig. Ich habe mir als Trick damals vorgestellt, wenn mein Buch ein Nummer-eins-Bestseller ist, dann gehe ich mit meiner Traumfrau lecker essen. Und das Essen, das konnte ich sehr gut visualisieren. Mit allen fünf Sinnen. Ich konnte das fühlen, wie sich das anfühlen würde mit meiner Frau. Und ich konnte die Kerzen sehen, den gut gedeckten Tisch, das leckere Essen schmecken. Ich konnte es riechen. Also alles das konnte ich mir sehr gut ausmalen. Und wähle vielleicht auch so einen Trick, dass du alle fünf Sinne einbinden kannst. Denn wenn du das schaffst, ziehst du wirklich das Ziel magnetisch an. Wenn du die anderen Dinge berücksichtigst, die wir jetzt gerade besprechen. Du hast vielleicht davon gehört, dass es so etwas gibt wie das Gesetz der Anziehung. Das Gesetz der Anziehung funktioniert, wenn wir die kleinen Schritte beherrschen, die wir jetzt gerade besprechen und dann auch visualisieren. 13. Du solltest dein Nahtziel überprüfen und in kleinere Schritte zerlegen. Am besten in so drei bis sechs Unterziele, die du aber alle mit einem Datum versiehst. Das will ich dann erreicht haben, das will ich dann erreicht haben, das will ich dann erreicht haben. Und dann kannst du eins nach dem anderen abarbeiten. Wenn du dann ein Häkchen dran machst, dann weißt du, ich komme meinem eigentlichen Nahtziel immer näher. Ja, also wenn du zum Beispiel sagst, ich schreibe ein Buch, das ist ein Nahtziel, soll in drei Monaten fertig werden. Schreib auf, wann willst du Kapitel 1 fertig haben, 2 fertig haben, 3 und so weiter. 14. Setze deine Maßnahmen fest, was passiert, wenn du dein Nahtziel erreichst, also eine Belohnung. Was passiert, wenn du es nicht erreichst, also eine Strafe. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, das mit der Strafe. Hey, ist der Bodo da noch in so einer alten Kindererziehungsmethode hängen geblieben, will er das auf Erwachsene übertragen? Nein. Wir Menschen haben ein bipolares Antriebssystem. Alles, was wir tun, ist, um Freude zu erleben und Schmerz zu vermeiden. Schmerz vermeiden ist das stärkere Programm. Du gehst schneller zum Zahnarzt, wenn es höllisch wehtut, als wenn du sagst, ich müsste mal wieder meine Zähne checken lassen. Wenn du ganz sicher sein willst, dass du deine Nahtziel erreichen wirst, dann solltest du dich erstens verpflichten und zweitens dich selber belohnen, wenn du deine Ziel erreichst. Und drittens, dir eine Strafe auferlegen, wenn du es nicht schaffst. Zum Beispiel, dass du sagst, dann spende ich in eine super Stiftung 2000 Euro. Hey, das würde dir richtig wehtun, eine richtige Strafe. Du tust was Gutes damit, ist auch nichts Blödes, wie auspeitscht oder was die Menschen sich da alles ausdenken. Aber eine Spende tut dir vielleicht dann weh, auch wenn sie gut ist. Und dann überlegst du dir, was du tun würdest, wenn du es erreichst. Dass du vielleicht einen Kurzurlaub machst, leckeres Essen, was auch immer. Und du könntest viertens das Ganze noch steigern, wenn du anderen von dieser Maßnahme erzählst. Jetzt bekommt das auch nach außen hin einen Verpflichtungskarakter. So wie ich mein Nummernschild gemacht habe vor einigen Jahren, K, Köln, BS 936. 936 waren die 936.000 Follower, die mir fehlten auf Social Media. Wir haben es inzwischen erreicht, eine Million. Ich wollte es auf dem Nummernschild jeden Tag sehen und habe es jedem erklärt. Hey, das ist mein Nummernschild, grobe Zahl, ich erkläre dir, was das soll. Dann musst du das schaffen. Dann musst du es schaffen. Überhaupt ist eine Verpflichtung eine der wichtigsten Maßnahmen. Also, wenn du schriftlich, siehe Punkt 4, notierst, wie dein Ziel aussieht, dann schreib am besten darunter als Verpflichtung, ich verpflichte mich, ich, Bodo Schäfer, du mit deinem Namen, bis da und dann, Datum, mein Ziel erreicht zu haben. Sonst, jetzt kommen die Maßnahmen, Strafe, wenn ich es erreicht habe, Belohnung. Die Freude, Kurztrip, leckeres Essen. Vielleicht kaufst du dir ein Zapp, so ein Stand-up-Pedalboard, was auch immer. Fünfzehntens sollte dein Nahtziel, wenn du es erreicht hast, möglichst bald durch ein neues Ziel ersetzt werden. Bleib nicht stehen. Es gibt Menschen, die erreichen ihr Ziel und sehen das als Podest und sagen dann, so, da bin ich drauf. Gewinner nehmen das Nahtziel als Trampolin. Die springen und sagen, jetzt komme ich noch höher. Was uns vorantreibt, sind Ziele. Es treibt uns voran, weil wir wissen, dass wir jetzt in eine bestimmte Richtung gehen. Das Ziel ist dann wie so ein Wegweiser. Es zeigt mir, jetzt muss ich da lang gehen, jetzt da. Und ich muss überhaupt losgehen morgens. Ich habe Antrieb, aus dem Bett zu kommen. Ich bin jetzt bald 61. Ich stehe jeden Morgen um 6.24 Uhr auf. Warum? Ich will meinen Sport machen. Warum mache ich das? Bin ich eitel? Ja, schon ein bisschen. Ich will fit sein. Aber ich will die Kraft haben, meine Ziele zu erreichen. Ich habe noch so viel vor. Ich will so vielen Menschen Inspiration geben. Und je weiter ich arbeite, je mehr ich arbeite, desto mehr Feedback bekomme ich und weiß, wie wichtig das ist. Setze dir Ziele. Es ist eine unfassbare Macht, die du dann in dir frei machst. Also ersetze jedes Ziel, das du erreicht hast, sofort durch ein neues, größeres Ziel. Und feiere ein bisschen. Feiere. Das ist wichtig. Belohne dich. Aber dann mach weiter. Hui. Das war jetzt eine Menge Stoff. Stimmt's? Hey, Ziel, das habe ich mir vielleicht einfacher vorgestellt. Habe ich zumindest damals gesagt, als ich so nach und nach diese Punkte kennengelernt habe. Aber es ist eine unfassbare Power, die du damit frei machst, wenn du damit vorgehst. Lass dich also nicht jetzt einfach irgendwie irritiert oder ein bisschen schockiert zurückfallen und sagen, hey, boah, das ist aber jetzt echt viel. Sondern schau dir vielleicht das Video nochmal an und notiere dir die 15 Punkte mit deinen Worten und setze dir sofort ein Nahziel. Dann sind es nicht mehr meine 15 Punkte, dann sind es deine. Und dann, wenn du schon ein Nahziel hast, dann überprüfe es doch jetzt, ob du anhand dieser 15 Punkte das richtig gemacht hast. Also ob es auch gehirngerecht ist, ob du wirklich eine riesengroße Chance hast, das Ziel so zu erreichen. Denk dran, ohne Ziel sind wir wie ein Pfeil ohne Spitze. Ohne Ziel wird es sehr schwer, unser Leben zum Leuchten zu bringen. Ziele machen uns größer, weil wir wachsen müssen, weil wir lernen müssen, weil wir größer werden müssen, weil wir ein ganz anderer Mensch werden, um diese Ziele zu erreichen. Das ist der Weg des Wachstums. Ich wünsche dir, wer dir der Beste, der du sein kannst und ich hoffe, dieses Video hat dir gefallen. Und wenn du Menschen kennst, die das hier auch erfahren sollten, dann leite es gerne weiter und abonniere meinen Channel, damit du mehr solcher Videos bekommst. Du bist dann automatisch dabei, wenn ich die nächsten Tipps gebe. Und wir schaffen es zusammen, dass du deine Träume lebst. Und wir machen es zusammen, dass du deine Träume lebst.